In diesem Video geht es um das beste Entfesselt in NBL 2K22. Starten wir direkt rein mit dem Sharpshooting Entfesselt. Das ist ja schon über Jahre gut. Dieses Jahr meinen viele, ja, weil der Dreier ja, ähm, weil es leichter ist, Dreier und sowas zu werfen, ist das Sharpshooting Takeover nicht mehr so gut und nicht mehr so wichtig. Ich finde, es gehört aber immer noch zu den Besten dazu, weil man kann einfach von so viel tiefer Dreier nehmen und alles. Also es bringt einem so viel, gibt nochmal einen Boost auf ein gutes Dreier-Rating. Also auf jeden Fall, wenn ihr einen guten Wurf habt, dann nutzt es. Dann als nächstes das Playmaking Takeover. Und das hat wirklich einen geringen Nutzen, weil Anklebreaker gibt es in diesem Spiel einfach fast gar nicht. Und der zweite Nutzen beim Playmaking Takeover ist noch, dass ihr, weil wenn ihr anderen Spielern passt, dass deren Attribute dann nach dem Pass hochgehen. Das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass sie treffen oder in der Zone punkten. Aber der Nutzen ist da wirklich so gering. Ist relativ uneigennützig, dass das eher zu geringem Nutzen gehört. Dann als nächstes der Shot Creator Takeover. Viele nutzen es. Es bringt aber teilweise sehr wenig, zum Beispiel beim Dreier gar nichts. Es bringt was, wenn ihr viele Würfe aus dem Dribbling nehmt. Step Backs, Fades. Deswegen, es ist so mittel, also gut. Auf jeden Fall nicht bei den geringen. Man kann es verwenden, aber zu den ganz guten gehört es nicht. Als nächstes haben wir das Lockdown Takeover. Und das kommt relativ drauf an, was ihr spielt. Wenn ihr jetzt so viel Rack oder so spielt, dann gehört es zu den besten Takeovern möglich. Wenn ihr aber jetzt 2 gegen 2 oder so spielt, wo Make-It-Take-It ist, ihr viel in der Offense spielen werdet, dann bringt euch das Lockdown Takeover sehr wenig. Deswegen würde ich das auch nur bei gut einordnen. Aber es kommt halt drauf an, welchen Modus ihr spielt. Das nächste Takeover ist das Post-Scoring Takeover. Und das kann recht overpowered sein in Sachen Post-Hooks und sowas. Die gehen da sehr gut rein, weil Post-Scorer allgemein overpowered sind. Aber das ist halt nur relativ spezifisch für manche Builds. Aber eigentlich, das ist so overpowered, ihr könnt auch Fades und sowas damit gut werfen. Aber vor allem eben Post-Hooks. Weil Post-Hooks sind halt wirklich overpowered. Dass es wirklich ins Top-Tier gehört. Beim Slasher-Takeover. Ja, Slashing ist sehr wichtig. Kann man eigentlich mit Sharp-Shooting-Takeover vergleichen. Nur halt für Slasher. Und ihr kriegt halt so viele Contact-Dunks und alles. Also das gehört auch auf jeden Fall ganz oben zu den besten Plaketten. Beim Rebounding-Takeover. Ja, es ist das einzige Takeover, was euch was Gutes, also was euch plus 10 auf Rebounding gibt. Und ihr seht halt, wo die Würfe hingehen. Kriegt bessere Rebound-Animations. Offensiv-Rebounds, Defensiv-Rebounds. Auf jeden Fall neben dem Post-Scoring-Takeover. Das beste Takeover für die meisten Big Men. Außer sie können vielleicht das Slasher-Takeover kriegen. Dann ist das besser. Aber für viele Center vor allem ist es das beste. Aber trotzdem gibt es noch bessere. Deswegen würde ich es zu gut. Und beim letzten, bei dem Korb-Beschützer-Takeover, sehe ich wieder eher weniger einen Grund, das zu nutzen. Weil das Rebounding-Takeover ist einfach besser, weil das Korb-Beschützer-Takeover ist nur für, wenn ihr in der Zone Würfe wegblocken wollt. Und so vielleicht noch für Rack oder so ganz gut. Aber da finde ich fast das Rebounding-Takeover besser, weil das fast wichtiger ist. Und bei Korb-Beschützer-Takeover, das ist so schnell wieder weg, dass ihr gar nicht wirklich die Chance hattet, vielleicht ein Block oder sowas zu versuchen. Das ist jetzt mal ein grober Überblick über die, welche entfesselt bzw. Takeover gut und welche schlecht sind. Die sind natürlich auch relativ individuell. Je nachdem, was für einen Spielstil man hat, eben anders. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wie man bessere Pick'n'Rolls läuft oder wie man sie überhaupt läuft, was ja sehr wichtig, ein sehr wichtiger offensiver Spielzug in NBA 2K ist, dann schau dir das Video links oben an und bis zum nächsten Mal.